Musik Ich bin heute in E.Wi.Eutsch und spreche zu dem Thema Energiepolitik. Die SPD hat in ihrer letzten rot-grünen Regierungszeit mit dem Ausstieg aus der Atomenergie und mit der Energiewende begonnen. Die aktuelle Bundesregierung hat leider keine abgestimmte Energiepolitik zwischen Bund und Ländern und Kommunen und den übrigen Akteuren der Energiewende geschafft. Derzeit sind die ostdeutschen Bundesländer weiter beim Ausbau bei den erneuerbaren Energien als die alten Bundesländer. Es kann aber jedoch nicht sein, dass die Strompreise in Ostdeutschland deswegen höher sind, weil hier der notwendige Netzumbau mitbezahlt werden muss. Mit ihrer Stimme am 22. September werden wir eine bessere politische Koordinierung beim Management der Energiewende betreiben. Hierzu wollen wir die Kompetenzen, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien, Netzausbau und Speicherung, in einem Energieministerium bündeln. In diesem Ministerium soll ein deutscher Energierat die Abstimmungsprozesse aller Akteure institutionalisieren und kontinuierlich voranbringen. So können wir die Energiewende schaffen und Vorreiter sein für ein erfolgreiches Energiemanagement in Europa und in der Welt. Packen wir es an! Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meinen Themen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020